Ähm, ich wollte eigentlich nur Glas machen. Oh nein! Oh nein! Oh oh! Nein! Ey! Nein! Nein! Ich hab Ando gemacht. Ich hab Ando gemacht. Hier kann nicht zu viel passiert sein. Okay, springen noch alle. Welche ID hat Glas... Jetzt erstmal baue ich hier nur Blöcke. Wenn man sich nicht anzündet, passiert ja nichts. Guck mal. Nein! Das stürzt alles ab. Ja! Ich hab den Command gehauen. Er hat einfach Enter gedrückt. Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Community. Und erstmal Hallöchen Milchbubi, der ist auch mit am Start. Ich möchte heute sehen, wie kommen wir ein bisschen in der Community rumchillt. Genau, wir werden heute ein wenig chillen, grillen. Ich hab's... Ich war hier gestern... Ich war hier gestern auch schon. Nee, Jump'n'Runs möchte ich heute nicht machen. Ich möchte lieber ein wenig hier trollen mal wieder. Ähm... Leider kann ich mich hier gerade nicht vanischen, aber das macht überhaupt nichts. Hallöchen! Oh, hier sind schon wieder so viele. Ich mach mal eben den Sound ein wenig leiser. Aber nur so ein wenig wegen den Fußschritten. So. Und dann... Ähm... Ja, was... Oh, es sind hier viele. Schaut mal! Uiuiui! Oha! 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 Hier stehen viele aus dem Team. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Community und ich nehme mal eben mir ein wenig Lava und bringe mal damit ein paar Leute wieder zurück zum Spawn. Oh nein! So. Gönnt euch hier alle mal ein wenig Lava. Bitteschön. Wir müssen ja die Bühne ein wenig hier... Ich muss doch hier den Teppich wieder neu verlegen. Hier muss erstmal wieder ein wenig Ordnung reinkommen in die ganze Bude. So. Alle mal bitte. Alle mal bitte hier weggehen. Du da. Nicht AFK rumstehen. Tschüss. Er steht immer noch AFK rum. Mist. Ich hab nicht ge... Okay, jetzt. Er steht da immer noch AFK rum. Jetzt steht er nicht mehr da rum. Okay. So. Oh. Jetzt bin ich selber in die Lava. Verdammt. Jetzt wisst ihr wo man landet. Ähm. Nochmal schnell da hinten. So. Boogie. Möchtest du gerade irgendwas machen? Ich bin hier gerade... Ähm. Ja. Ich würde gerne mal den Spawn einzeugen. Den Spawn? Das ist alles der Spawn. Oder meinst du da vorne? Da vorne wo du spawnst wenn du aus der Lava fällst. Das hier so ein bisschen absperren. Okay. Wie du meinst? Das wird aber gar nicht so einfach. Das wird ruhig ein bisschen großräumiger. Das wird auch nicht einfacher. Ja. Weil jetzt alle hier kommen. Ja. Ähm. Schnelles Klicken sag ich nur. Jetzt musst du erstmal woanders hingehen. Ne. Muss ich nicht. Haben wir World Edit hier drauf? Ja bestimmt. Welche Idee hat denn ein Glas nochmal? Was wäre... Ah ne es geht nicht. Oh. Oh ich hab Lava gemacht. Ich wollte kein Lava machen. Ah. 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 Oh. Oh. Ando. Was ist das denn? Äh. Ich wollte... Ähm. Ich wollte eigentlich nur Glas machen. Oh nein. Komm mal. Oh nein. Oh. Nein. Ey. Nein. 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 Ich hab Ando gemacht. Ich hab Ando gemacht. Hier kann nicht zu viel passiert sein. Okay. Wir springen doch alle. Welche ID hat... Komm her. Oh shit. Oh nein. Oh nein. Wenn das das Server Team sieht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm her. Wenn das das Server Team sieht. Äh. Welche ID hatte Glas? Ich wollte Glas machen. Ey. Nein. Was geht denn hier ab? Komm her. Lava spawnen. 20. Oh ne. Ey. Ich kenn auch echt... Immer mach ich die gleiche Fehler. 20. Oh man ey. Okay. Haben wir jetzt Glas? Ich wollte sagen, das ist schon mal ein guter Troll hier. Wir haben Glas. Alle bitte... Äh. Ja. Slash spawn. Guck mal. Die haben Gommis gemacht. So jetzt sind sie alle. Jetzt sind sie schon mal alle hier. Ähm. Warte mal. Moment mal. Ist... Ja Galaone ist da. Kennst du noch den Befehl, um TP-All zu aktivieren? Ja das wäre natürlich jetzt geil, wenn ich jetzt alle... Oh nein. Okay. Hier müssen wir nämlich erstmal wieder ordentlich was reparieren. Mach da ruhig ein Lava-Bad rein. Oh nein. Jetzt sind jetzt alle aus dem Server Team. Oh Gott. Oh. Oh. Komm her. Ich glaube du wirst heute Nacht eine Nachtschicht machen müssen. Um die Blöcke neu zu setzen. Ja. Ich glaube auch. Äh. Warte. Geht das vielleicht sogar? Community. TP-All. Ja. Es geht. Oh. Jetzt habe ich alle hier drin. Guck mal. Oh. Was ist das hier für ein Bienen-Nest? Guck dir das mal an. Das sieht aber schön aus. Da kann man direkt mal eigentlich ein Foto machen. So. Ähm. Ja gut. Das mit dem TNT ist jetzt nicht ganz so gelaufen wie ich es mir vorgestellt habe. Aber. Ich finde. Oh. Ich hoffe. Natürlich. Dass das klar geht. Dass ich mal hier einen kleinen TP-All mache. Nämlich. Aus einer etwas höheren Entfernung. Ui. Ui. Das sieht doch gut aus. Ich finde wir lassen den Spawn einfach so. Ihr könnt euch ja da. Wenn das Video hier online kommt. Ihr könnt euch ja einfach mal überzeugen davon wie die Community dann aussieht. Okay. Dann. Mal gucken. Vielleicht bleibt das ja so. Ich finde das ganz schön. So. Soll ich mal TP-All machen? Ja. Oh. 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 Oha. Guck da sind sie wir. Haben wir alle da. Selbst alle überlebt. Ist das nicht ein Happy End hier? Ja. Ist das nicht ein schönes Happy End? So. Selbst wenn sie nicht überleben. Wenn sie wieder dort hingefroren. Naja. Naja. Ich repariere. Ich. Ich repariere. Eben. Die. Den Weg. So. Das kann ja. Ich kann ja nicht wahr sein. Was hier schon wieder. Los ist. So. Zack. Natürlich. Dürfen wir den Teppich nicht vergessen. So. Moment. Okay. Fast. Ups. Fast. Ah. Mensch. Ich verschreibe mich noch mit. Das ist fast wie neu. Achso. Ja. Da guck. Finden sie auch. Eigentlich doch schöner. Oh. Als vorher. Oder? So. Ich kann auch nochmal. Obwohl. Man kommt da irgendwie hin. Hab ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Doch man kommt da hin. Ja. Super. Das ist doch wunderbar. Ja. Aber wenn man schon. Was gibt es denn noch schönes? Ähm. Ich weiß nicht. Ob man. Ob man. Ob man. in einem Zeichen. Ach ja. Aber ich glaube. Ich glaube es geht trotzdem nicht. Ja. Ich glaube auch. Und wenn nicht so. Es geht irgendwie anders. Kein. Kein Backup. Gib kein Backup. Oh. 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 Hashtag No Backup. Oh. Oh. Hashtag No Backup. Oh. Ne. Wer war das nur mit dem TNT? Ich verstehe das nicht. Komm mal. Weiteres TNT. Nein. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder hier TNTs von. Bitte. Oh. Milchbubi. Bitte einmal. Einmal. Ich mach folgendes. Ich mach folgendes. Damit du mal siehst was man damit verursachen kann. Okay Milchbubi. Ja. Ich mach folgendes. Ich leg dir ein paar Sachen ins Inventar. Okay. Und du. Du musst dann entscheiden. Mit deiner. Aus deiner Verantwortung auch heraus. Ne. Ob du das verantworten kannst oder nicht. Mit dem TNT. Kannst du das wirklich. Möchtest du das wirklich hier zünden? Ich. Ich. Ich guck jetzt nicht hin Leute. Ich guck jetzt weg vom Bildschirm. Milchbubi macht jetzt. Hier das Mikrofon. Ja Leute. Ich möchte mal sehen was Komme mir ins Inventar gepackt hat. Hm. Ich such mal eine ruhige Stelle. Willst du echt zünden? Nein. Überlegst du ne. TNT. Hallo. Das ist nicht China Böller A. Die kleinen. Ich setze nur. Über diese Pyro Cracker. Ich suche nur eine ruhige Stelle. Das ist TNT. TNT. Kennst du nicht das Lied von Lazy Deasy? Ich suche nur eine ruhige Stelle wo nicht so viele Leute sind. Das sind Redstone Blöcke. Ja. Aber. Ich möchte nur. Du willst ja auch gar nichts sprengen oder? Ne. Ich suche mir gerade. Oh. Du darfst nicht in die Screenbox rein. Ich möchte nur eine ruhige Stelle suchen. Damit ich. Überlegen kann. Ob ich was mache mit dem TNT oder nicht. Hm. Ja. Hier ist es ruhig. So. Jetzt erstmal baue ich ja nur Blöcke. Wenn man sie nicht anzündet, passiert ja nichts. Guck mal. Ne. Also. Setzen darf man immer. Warte. Ich schreib mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Schuertatatur. Ich gucke nicht hin. Also. Okay. Mach weiter. Nur ein bisschen Dekoration. Ich finde ja TNT auch immer prickelnd und bombastisch und eigentlich cool. Bin ich eigentlich ganz auf deiner Seite. Wo kommen denn die ganzen User her? Ich dachte, man kann hier nicht durch. Jetzt brauchen wir ein bisschen Lava, um die User hier abzuschrecken. Du schaffst es auch immer wieder selber, dich in Lava zu setzen. Du hast dir jetzt beim TNT etwa Lava gesetzt. Nee, das würde ich nicht machen. Was hast du hier gemacht? Ja. Was macht man jetzt? Soll ich hier vielleicht das vorne wegspringen, damit es nicht so... Nein, hast du nicht gemacht. Hast du nicht... Nein, okay. Glück gehabt. Guck, jetzt haben wir schöne neue TNT-Blöcke und ein Lava-See. Nichts ist passiert. Guck mal, guck. Ja, ist doch perfekt. Guck, so soll es doch auch sein. Guck mal, kannst du mein Kart setzen? Minecarts, ja, ich kann es mal probieren. Weil die, die Minecarts, die machen ja auch im Prinzip... Oh. Die machen ja eigentlich auch nichts kaputt. Wir können mal eben... Wir brauchen dafür ein wenig andere Blöcke. Ich bin wieder... Ich bin wieder... Wieder an der Tastatur. Ähm, wir können mal eben hier... Guck mal, wie schön das aussieht da mit Lava, TNT. Ja, aber leider... Aber ja, das TNT macht auch irgendwie nur... Also, es geht immer nur ein Stück hoch. Das ist... Das ist bestimmt eine Protection, die eingecodet wurde. Ja. Warte, du hast die... Ach nee, die habe ich gerade weggepackt. Die Loren, die TNT-Loren. Ja, aber das da vorne... Naja, reden wir mal nicht drüber. Guck mal hier. Das geht, glaube ich, mit der 1.8 gar nicht mehr. Doch, das geht so ein bisschen noch. Aber nicht mehr so gut wie früher. Oh. Oh. Komm mal. Jetzt geht aber... Und das ist dein TNT. Das... Hä? Ui, ui, ui. Hier ist ja noch alles. Das war dein... Das waren die Minecarts. Oh. Oh, nein. Das war dein... Wo ist dein TNT hin? Er steht hier noch, ne? Stimmt. Dein TNT ist da noch hin. Ich klicke mal hier rauf. Oh. Ey. Ey, wo sind die YouTuber-Boxen? Hier ist meine YouTuber-Box. Ey, hier ist meine YouTuber-Box. Die YouTuber-Box ist weg. Nein. Warte, ich gehe mal eben in meine Screen-Box. Bin in meiner Screen-Box. So, also, wer Fotos haben möchte, kann jetzt gerne hier in den Keller kommen. Können Sie einen Minecart setzen, bitte komm. Ja, einen Minecart kann ich machen. Aber man kann leider nicht so viele mehr wie früher machen, wegen der 1.8. Oh, jetzt hat der... Das war ich... Das war eigentlich nicht. Das war ein User. Aber, naja, jetzt haben wir jetzt hier schon so viel kaputt gesprengt. Ich finde, wir können es auch gerne nochmal ein wenig ausreizen. Was meinst du? Ja, jetzt kommt es gar nicht mehr darauf an. Ja, eben. Das will man sagen nochmal. Wir machen nochmal diesen Haas-Fair-Befehl. Das war 46, glaube ich. Genau, da kommt er gleich. Alles mit TNT füllen. Da ist er. Nein, alles mit Minecart füllen. Machen wir mal... Machen wir mal nur eine kleine Kugel. Ups. Machen wir mal... Nein, mit Minecarts, das geht nicht. Oder geht das doch? Welche ID haben... Haben... Haben TNT Minecart... Oh, oh. Das sind die sogenannten TNT-Ufos. Das sind TNT-Ufos. Siehst du das nicht? Die kommen... Die kommen aus dem All. Die kommen hier... Guck mal hier. Die kommen von hier drüben. Die TNT-Ufos. Aus der Wand herein. Guck, hier haben wir schon eins. Die stehen gerade in der Luft. Oh, Mann. Ja, Disco-Kugel. Nein, das ist keine Disco-Kugel. Das sind TNT-Kugeln. Was passiert, wenn man hier TNT... Oh, ja, sieht schick aus. Jetzt sieht es echt schön aus. Naja, aber was passiert, wenn ich jetzt mal... Soll ich mal hier anzünden? Nee. Doch. Ich bin gerade am überlegen. Ob ich... Ja, jetzt sind wir hier eh schon... No Backup wird wieder geschrieben. Ja, no Backup. Ich baue das heute Nacht hier alles wieder auf, Leute. Also kein Ding. Heute Nacht gibt es... Da gibt es, finde ich, bestimmt ein paar Freiwillige. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aber guck, das ist doch hier... Passiert gar nichts. So ein bisschen die Wand geht kaputt. Aber dafür haben wir ein Feuer weg. Ui, 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 ui. Guck hier, alles wunderbar. Das ist aber schwaches TNT. Oh, jetzt... Ich glaube... Oh, oh. Guck mal. Es regnet TNT. Es regnet... Das ist dein Disco-Kurril hier. Es regnet das Party-TNT. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Das sieht aber schick aus. Oh nein, jetzt geht es aber los. Oh, oh, oh. Oh, was ist jetzt los? So viel TNT war es doch dann auch nicht. Oh, die Wände sind teilweise kaputt. Wie? Nee, guck hier, alles gut. Hier sind wir beim Spawn. Nee, fahr mal nach links. Oh, das kann ich mir jetzt aber gar nicht erklären. Aber hat ja auch einen Vorteil. Dann wird es mal ein wenig... Wird mal gelüftet hier. Aber hier ist es da schick aus. Ja, ne? Ist richtig so ein Kreuz geworden. Moment. Ja. Ja, perfekt. Ja. Oh. Oh, oh, das Dach ist kaputt. Oh, ja. Ach komm, ich baue das aber ja auf. Und... Schauen wir mal. Oh, nee. Oh, oh. Das war... Etwas TNT. Ähm... Ja, aber gut. Also... Ich kann mich ja mal eben... Hier ist eine Leiter. Warum ist denn da eine Leiter? Oh, hier fällt mir ja aus der Welt. Ja gut, kleiner Troll noch am Rande. Ähm, was haben wir jetzt hier? Ist das ein Labyrinth? Ach, das ist ein Minispiel, genau. Jetzt haben wir natürlich hier so viel Platz. Ich würde vorschlagen, wir machen mal folgendes. Wir machen mal folgendes. Also... Das mit dem TNT war ja jetzt ganz lustig. Ich glaube, einige User verhungern schon. Ach, stimmt, wegen der Difficulty. Ähm... Ach nee, nur eins. Difficulty peaceful. So, da kriegen sie wieder... Ähm... Hunger. Also kein Hunger. So 20 war das, ne? 20... 10. 20, 5 mach ich mal. TP All. Nee, Community TP All. Mit einem Slash ich verwechselst immer mit WorldEdit. TP All. So. So, jetzt sind sie wieder alle hier bei uns. Glaube ich. Jo, hier werden sie alle geportet nacheinander. Perfekt. Gut. Dann, ähm... Würde ich vorschlagen, machen wir mal folgendes. Wir können hier in der Community... ja nochmal überall ein paar, ähm... dieser TNT-Dinger hinmachen. Oder? Jetzt alle einfach... Oh, hier ist der Lava gewesen irgendwo. Ich hab schon gehört, das ist irgendwie angegangen. Oder wollen wir mal das ohne... Wir können das auch... Warte mal, ich hab eine bessere Idee. Kannst du nicht mal einen Mega-TNT-Block spawnen? Mega, der komplett aus TNT... Ich kann den hier auch einfach komplett aus TNT machen. Guck mal hier. Mach mal die ganze Halle aus TNT. Ach so, das hab ich jetzt noch nicht gemacht. Oh, guck mal, da vorne geht's schon wieder in die Luft. Guck mal, diesmal ist der gefüllt von innen mit TNT. Uh. Und der ist auch schon gezündet worden. Glaube ich. Ich hab halt Angst, dass ich die Community hier abschieße. Das möchte ich ja nicht. Hier soll man natürlich weiterhin entspannt spielen können. Entspannt? Nachdem ich wieder weg bin. So, guck, alles super. Wir können mal... Wir gehen mal hier vorne zur Bühne. Da vorne ist ja eh nix los. Wir gehen mal hier hin. Und machen mal einen kleinen TNT-Ball. Machen wir mal eine... Was soll ich rausmachen für eine Größe? Zwischen 5 und 30. Sag mal was. 40? Nein, 40 ist... Das stürzt alles ab. Ha! Ich hab den Command gehauen. Er hat einfach Enter gedrückt. Das hält die... Ich sag gut beide. Das Ding ist komplett gefüllt. Guck mal, wie viele Blöcke das sind. Das sind bestimmt eine Million Blöcke oder so. TNT. Was? Ja. Warum sagst du mir das nicht? Das ist nicht Harspair. Das ist... Das war's dann. Warte, was steht da? Oh. 290.000. Ich kann vielleicht noch Ando machen. Warte. Ich kann vielleicht noch Ando machen. Aber ich glaube Ando ist nochmal genauso viel Aufwand wie... Guck mal. Wir sind in 300.000 Blöcken TNT. 300.000 Blöcke TNT. Du hast gerade 300.000... Guck mal. Junge. Das sieht aber schick aus. Oh, oh, oh. Aber ich glaube es verschwindet wieder, wenn wir Glück haben. Ich weiß nicht, ob es gerade in die Luft fliegt. Oh nein, es ist glaube ich zu spät. Es ist glaube ich zu spät. Das ist die dicke Bühnenshow hier. Okay, es geht wieder weg. Guck mal, ich habe die Community gerettet. Gomme, der Community Retter. Dicke Schlagzeichen. Mich, das macht man nicht. Ja, okay. Obwohl, warte mal hier. Gerade geht hier alles drunter und drüber. Aber ich saß... Guck. Wie kann man denn mein Karten? Da kommen wir lächelt noch. So, wir machen das jetzt nochmal. Aber mit einer... Mit einer... Mit einer 15 mal. Mit einer 15. Guck. 158.000 Blöcke konnte ich zurückgängig machen. Und da vorne geht immer noch ziemlich viel in die Luft. Hui, hui, hui. Guck mal, was macht ihr eigentlich? Ich... Nein, ich wollte ja trollen. Das mit dem TNT hat sich jetzt verselbstständigt. Guck mal. Alter, was geht hier ab? Was ist das? Oh, oh, ich glaube, du bist wieder im TNT. Ich sehe nichts mehr. Ich bin im TNT. Ah, jetzt. Oh nein, es hängt einfach nur noch. Ein FPS. Ein FPS. Okay. Gut. Das... Das gibt's... Das gab's noch nie. Oh nein. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ey, die arme Community. Aber ich finde eigentlich, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, es ist eine Umgewöhnung. Ja. Oh. Ich komme hier gar nicht mehr. Wo ist denn was? Wo sind denn die User? Das sieht so ein bisschen kaputt aus. Time set day. Oh, leck. Jetzt gerade passiert gar nichts mehr. Man läuft die Community stabil. Kann man ja machen, was man will. Und sie läuft und läuft und läuft und läuft. Und läuft und läuft und läuft. Und die User, wo seid ihr? Waren die User hier? Ja, hier sind die Wasserfälle. Eigentlich müssten sie genau hier sein. Nein. Nein, hast du jetzt spawnen, der gespringt? Ich weiß es nicht. Nee, hier geht gar nichts mehr, glaube ich. Hier geht gar nichts mehr. Doch, da vorne... Irgendwas passiert da noch. Vielleicht kann ich doch mit Ando irgendwas retten. Ja, das ist die Community gerade. Das ist... Ah, da sind sie wieder. Hallo, meine Freunde. Oh, guck hier. Alles super. Alles wunderbar. Jetzt wird sogar Tag. Dann werdet ihr aber fleißig bilden müssen heute Nacht. Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, das war ein kleiner Spaß hier auf der Community. Das war jetzt natürlich etwas außerplanmäßig, dass es dann doch so viel geworden ist. Also am Anfang, das war auf jeden Fall... Also der, das hier... Ja, das finde ich auch... Guck mal hier, wie sie alle da hinstürmen. Beide Güte. Ja, Leute. Also das wär's für... Da vorne geht immer noch irgendwas in die Luft. Wenn ihr euch selber ein Bild der Community machen wollt, dann schaut doch einfach vorbei. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Troll, dieses kleine Community-Spiel gefallen. Ich werde jetzt hier noch ein wenig chillen und mal abwarten, was hier noch so passiert. Ähm, ja, Leute. Milchbubi, danke, dass du dabei warst. Und dann, sage ich mal so, haut rein. Und tschö. Mit Ö. Mit Ö. Mit Ö.